Liebe Bürgerinnen und Bürger, drei wichtige Themen haben die gästige Ratsitzung bestimmt. Die Gesundheitsversorgung im Essener Norden, das BürgerInnenbegehren zum Radentscheid und die Klimaziele der Stadt Essen. Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, die Entwicklung der medizinischen Versorgung im Essener Norden weiter voranzutreiben. Dabei soll es um eine vernetzte und sektorenübergreifende Versorgung im ambulanten, stationären und präventiven Bereich gehen. Eingebunden werden sollen weitere Partner wie die Universität Duisburg-Essen, die Universitätsmedizin-Essen, die niedergelassenen Ärzte vor Ort und die Essener Klinikträger. Die Verwaltung wurde gebeten zu prüfen, welche Fördermittel und Zuschüsse von Bund, Land und den Krankenkassen dafür zur Verfügung stehen. Die Contilia-Gruppe wurde dagegen aufgefordert, das Konzept eines zentralen Klinikneubaus im Essener Norden weiter umzusetzen. Sollten diese Gespräche nicht zu einem Erfolg führen, wird die Verwaltung gebeten, zu prüfen, ob und in welcher Form die Stadt selbst einen solchen Neubau im Essener Norden realisieren könne. Seit Ankündigungen durch die Contilia, zwei Krankenhäuser im Essener Norden schließen zu wollen, bin ich in vielen Gesprächen mit ganz unterschiedlichen Akteuren, auch auf Landes- und Bundesebene. Unter Moderation der Universität Duisburg-Essen ist bereits Ende des Monats ein erster Aufschlag für einen Workshop-Prozess geplant, der ein gemeinsames Konzept für den Essener Norden zum Ziel hat. Damit sind wir in den Planungen übrigens weiter als die Contilia selbst. Mit großer Mehrheit hat sich der Stadtrat ebenfalls für einen Beitrag zum Radentscheid ausgesprochen. Gemäß des Radentscheides sollen innerhalb der kommenden neun Jahre zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden, um die Sicherheit und die Attraktivität für den Rad- und Fußverkehr in Essen zu steigern. Über 23.006 Unterschriften wurden gesammelt und mir übergeben. Wichtige Aspekte des Radentscheids sind der unterbrechungsfreie und vom Fußverkehr getrennte Ausbau des Hauptroutennetzes und des Ergänzungsnetzes. Auch der Umbau von für Radfahrern gefährlichen Kreuzungen ist vorgesehen, ebenso wie der Ausbau von Fahrradstellplätzen. Eine erste Schätzung zeigt, dass mögliche Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen bei rund 232 Millionen Euro innerhalb der nächsten neun Jahre liegen werden. Die Stadtverwaltung ist durch die Zustimmung des Rates jetzt beauftragt, ein Katalog auszuarbeiten, in dem konkrete Maßnahmen im Sinne des Bürgerinnenbegehrens dargestellt werden. Die Ausarbeitung des Maßnahmenkataloges soll bis zum ersten Quartal 2021 erfolgen. Gestern wurde außerdem das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 auf den Weg gebracht. Wichtigstes Ziel ist es, den Treibhausausstoß in Essen schrittweise bis zur Klimaneutralität im Jahr 2050 zu mindern. Mit diesem Zweck soll bis zum Sommer 2021 ein Aktionsplan für nachhaltige Energie und Klima mit einem Handlungsprogramm zur Treibhausgasminderung für die nächste Dekade erstellt werden. Das Aktionsprogramm umfasst dann die für die Verwaltung wichtigen Maßnahmen, die wir der Politik in ganz konkreten Entscheidungsvorlagen zur Abstimmung vorlegen werden. Liebe Bürgerinnen und Bürger, gestern hat die letzte Ratssitzung vor der Kommunalwahl stattgefunden. Der neue Rat wird sich Anfang November konstituieren. Machen Sie bitte von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Bitte gehen Sie wählen. Und natürlich gilt auch weiterhin, bitte bleiben Sie gesund. Vielen Dank.